So, wir haben es doch geschafft, erstaunlicherweise trotz unserer rudimentären EDV-Kenntnisse die Fortbildung zu starten und freuen uns, dass wir wieder an Bord sind. Herzlich willkommen zu Geriatrie am Freitag. Wir haben auch wieder Teilnehmer, die von außen zugeschaltet sind und werden trotz verschiedenster Komplikationen hier jetzt doch einigermaßen pünktlich noch zu dem neuen Thema starten. Delia und zwar in Frage der Abgrenzung zur Demenz. Das ist ja ein klinisches Problem, was wir, würde ich fast sagen, wenn man ein paar Aufnahmen am Tag hat, doch eine davon mindestens hat, zumindest fast täglich, manchmal auf jeden Fall auch sehr schwierig für uns zu entscheiden. Und wie man das Ganze machen kann, dafür gibt es niemand Geringeres, der das besser erklären könnte als Simone Brevka. Sie hat in der Trade- und in der Pabel-Studie, wo es jeweils um die Frage geht, wie man Delia gut versorgen kann im Krankenhaus, auch sektorenübergreifend, sich damit sehr ausführlich beschäftigt, auch Pflegekräfte und ÄrztInnen dazu geschult. Und wir freuen uns jetzt, dass Simone uns schult. Und Simone, du darfst ganz einfach starten. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für die einleitenden Worte. Jetzt hat der Michael schon so viel erzählt, dass ich mir von den ersten Folien schon das meiste sparen kann, beziehungsweise da ganz schnell drüber gehen kann. So, genau. Also genau, wie gerade ja schon erwähnt, habe ich mich qualifiziert für dieses Thema, weil ich einfach mich viel in den letzten Jahren mit dem Thema Delia beschäftigt habe, vor allem durch Mitarbeit in zwei großen Studien, der Pabel- und der Trade-Studie. Und nicht zuletzt haben wir auch ein Delia-Screening-Instrumente untersucht und haben uns da ganz viel angeschaut. Das ist hier diese Veröffentlichung in der ZGG war das. Das heißt also auch mit dem Thema Delia-Diagnostik habe ich mich sehr ausführlich beschäftigt. Genau, hier meine Gliederung für die heutige Vorstellung hier. Zunächst eine kurze Fallvorstellung, die gewohnten Eingangsfragen. Dann gehe ich auf die Definition vom Delia kurz ein, auf Zahlen und Fakten, Risikofaktoren und Auslöser. Delia-Symptome, dann das Unterthema ja die Abgrenzung zur Demenz. Diagnostische Maßnahmen, Prävention und Therapie. Und dann werden zum Schluss die Fragen beantwortet gemeinsam und es gibt noch eine Take-Home-Message. Und anfangen tun wir mit der Fallvorstellung und den Eingangsfragen. Ich sage gleich dazu, das ist eine fiktive Fallvorstellung. Also bitte nicht zu sehr in die Medikationsliste verbeißen und da irgendwie nach möglichen Wechselwirkungen und so weiter suchen. Die ist insbesondere darauf ausgelegt, ja aufs Thema Delia einfach. Genau, also unsere Fallvorstellung. Wir haben eine Frau D., 83 Jahre alt, klassischer Fall. Die Patientin lebt im Pflegeheim, ist dort gestürzt, hat sich eine mediale Schenkelhalsfraktur rechts zugezogen. Die wurde operativ versorgt. Sie hat in dem Rahmen des Aufenthaltes, wo die OP war, einen Harnwegsinfekt noch gehabt, der antibiotisch behandelt wurde. Und wird dann zu uns ins Bethesda verlegt, zur Frühreha. Bei der Aufnahme fallen an Symptomen, neben vielen anderen, aber insbesondere auf, dass sie Schmerzen hat. Also dass sie über Schmerzen klagt im Bereich des rechten Beins, der rechten Hüfte. Und dass sie bei der Überprüfung der Orientierung nicht orientiert ist. Weder zu Ort, noch zur Zeit, noch zur Situation. Ansonsten ist sie aber eigentlich nett und ruhig und unauffällig. Im Laufe des Tages aber, am ersten Abend quasi, nach der Aufnahme, kommen ein paar Symptome dazu. Die Patientin wirkt zunehmend agitiert und unruhig. Hat sich auch schon ihren geblockten DK gezogen und jammert, dass sie gehen möchte und nach Hause zu ihren Eltern möchte. Genau, auf der rechten Seite sehen wir, wie gesagt, die Medikation. Da ist alles Mögliche dabei, ein Beta-Blocker, ein Diuretikum, Pantoprazole, Schmerzmedikation, dann eine Osteoporose-Medikation mit Calcium und Kolekalziferol, Madopar bei einem Rest-is-Leg-Syndrom, Spasmex, Myrtazapin und Klecksahne. Genau, jetzt die drei Eingangsfragen. Ich lese die jetzt nicht vor, ich lasse einfach mal kurz stehen, dann kann sich das jeder kurz selbst durchlesen. Die erste Frage, da geht es also so um, was man bei der Aufnahme vor allem beachten sollte. Dann haben wir als zweite Frage eine Frage zur Medikation, ob von den Medikamenten eventuell welche mit einer Delir-Entstehung im Zusammenhang stehen könnten. Und die dritte Frage, da geht es um die Prävention bzw. um die Therapie des Delirs. Genau, so, dann mache ich weiter und wir kommen zur Definition des Delirs. Da möchte ich gerne auf die neue ICD-11-Definition eingehen. Aktuell ist ja noch der ICD-10-Katalog immer noch in Gebrauch, aber es gibt eben ein paar Änderungen in der ICD-11-Definition. Da ist das Delir definiert als Störung der Aufmerksamkeit, der Orientierung und des Bewusstseins. Also diese drei Bestandteile auf jeden Fall geht einher mit erheblicher Verwirrtheit oder globaler kognitiver Beeinträchtigung. Und ganz besonders für das Delir eben vorübergehende Symptome. Das heißt, es ist nichts, was für die Ewigkeit gleichbleibend stark vorhanden ist. Das Delir entwickelt sich akut, zeigt einen fluktuierenden Verlauf der Symptome. Das heißt, es geht so auf und ab. Und es gibt mögliche weitere Beeinträchtigungen, die aber eben keine Muss-Kriterien sind. Und zwar Störungen des Verhaltens, Störungen der Emotionen, Störungen im Schlaf-Wach-Rhythmus. Und dann steht da, mehrere kognitive Bereiche können betroffen sein, beispielsweise Wahrnehmung, Denkfähigkeit, Gedächtnis. Wichtig ist auch, dass die Symptome verursacht werden durch eine Funktionsstörung oder Erkrankung, die eben nicht zur Gruppe der psychischen Störungen und der Verhaltensstörungen gehört. Eine Substanzintoxikation oder auch ein Substanzentzug kann ursächlich sein für das Delir. Die Medikation wird mit erwähnt als Delir auslösender Aspekt oder, ein bisschen schwammig formuliert, mehrere oder unbekannte Faktoren. Beim Entstehungsmechanismus gibt es viele Hypothesen, wird auch noch viel daran geforscht an der Pathogenese des Delirs. Letztlich ist man sich aber einig, dass am Ende das Ganze zusammenhängt mit einer Störung der Informationsübertragung an den Synapsen im Gehirn, die durch ein Ungleichgewicht der Transmitter ausgelöst wird. Das heißt, es ist zu wenig Acetylcholin vorhanden und in erster Linie zu viel Dopamin. Auch noch verschiedene andere Neurotransmitter spielen eine Rolle, aber das sind die beiden Haupttransmitter, die eben betroffen sind bei der Entstehung des Delirs oder ursächlich sind. Genau, dann kommen wir zum Punkt Zahlen und Fakten. Ich denke, da wissen die meisten schon über einiges, was jetzt hier kommt, Bescheid und haben das auf dem Schirm. Aber ich finde, es ist trotzdem interessant, sich immer mal wieder vor Augen zu führen, dass tatsächlich Delir ein richtig häufiges Phänomen ist. Laut Studien sind ein bis zwei Prozent der Gesamtbevölkerung älterer Menschen ab 65 Jahre von dem Delir betroffen. Und in Pflegeeinrichtungen sind es bis zu 20 Prozent. Das ist jetzt also der häusliche Bereich. Im stationären Bereich wird es dann noch deutlich mehr. Bei in einem Akutkrankenhaus aufgenommenen älteren Patientinnen und Patienten bis zu 30 Prozent. Postoperativ je nach Art der Operation bis zu 50 Prozent. Auf Intensivstationen geht es dann weiter hoch auf bis zu 87 Prozent. Und in der Endphase des Lebens wird von Zahlen von bis zu 88 Prozent berichtet. Das Delir gilt als medizinischer Notfall. Es ist also nichts, was man verharmlosen sollte. Letztlich kann man es betrachten als akutes Hirnversagen. Und auch wichtig, das Delir ist oft das erste oder sogar unter Umständen einzige Zeichen einer zugrunde liegenden Erkrankung. Also zum Beispiel auch ein Herzinfarkt kann sich zunächst mal durch eine Delir-Symptomatik bemerkbar machen. Genau. Dann auch wichtig, die möglichen Delir-Folgen. Erstens, ein Delir führt vermehrt zu Komplikationen während des stationären Aufenthaltes, aber auch im Verlauf danach. Es führt zu einem längeren Krankenhausaufenthalt. Da gibt es ganz unterschiedliche Zahlen, massenweise Publikationen zu dem Thema. Deswegen habe ich mal ein Beispiel nur gebracht. In einer Publikation war von 4,2 Tagen längerer Liegedauer die Rede. Es zieht oft bleibende, wenn auch vielleicht nur geringe Einschränkungen, aber dennoch bleibende Einschränkungen nach sich. Es hat eine schlechtere Langzeitprognose, die das Risiko, eine Demenz im weiteren Verlauf zu entwickeln, ist erhöht. Und es führt zu einer erhöhten Mortalität. Und es ist mit höheren Kosten verbunden. Auch da gibt es zahlreiche Publikationen, die die unterschiedlichsten Zahlen dazu schreiben. Deswegen auch hier noch nur ein Beispiel. Da war von 1.200 Euro zusätzlichen Kosten pro Patientin, Patient die Rede, wenn Delir besteht. Genau. Dann kommen wir zum Thema Risikofaktoren und Auslöser. Und da zeige ich sehr gerne dieses Bild hier, weil ich finde, das ist schön veranschaulicht. Das heißt eben diese Pyramide und auf der rechten Seite die auf dem Kopf stehende Pyramide. Diesen Zusammenhang, dass eben man einen Risikofaktor hat, der addiert mit einem Auslöser dann eben zum Delir führt. Und man, also diese beiden unterschiedlich stehenden Pyramiden sollen verdeutlichen, dass viele oder schwere Risikofaktoren nur einen kleinen Auslöser brauchen, um dann zum Delir zu führen. Wie zum Beispiel eine fremde Umgebung, also einfach nur ein Ortswechsel. Während wenn eher wenige Risikofaktoren vorhanden sind, zum Beispiel nur in Anführungsstrichen Einsamkeit, dann braucht es einen starken Auslöser, um Delir auszulösen. Das kann zum Beispiel eine Herzoperation, könnte das sein. Genau. Und letztlich finde ich auch dieses Bild schön. Es ist also so, dass das Delir, wie schon jetzt mehrfach gesagt, multifaktoriell entsteht. Und man kann sich so ein bisschen vorstellen als der letzte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Man sammelt quasi Risikofaktoren und mögliche Auslöser in dem Fass. Und dann reicht eine Kleinigkeit, um dann eben das Delir auszulösen. Genau. Jetzt hier nur eine kleine Übersicht. Ein paar Beispiele für potenziell delirogene Medikamente. Und wenn man sich das anschaut, sieht man schon, dass da halt einfach richtig häufig verwendete Medikamente dabei sind. Wie Lasix zum Beispiel oder Beta-Blocker, Digitalis-Glykoside, Urologica zum Beispiel Spasmex. Siehe die Medikation der Fallpatientin, die ich vorhin gezeigt habe. Antidepressiva, insbesondere die trizyklischen Kortikoide. Genau. Aber auch zum Beispiel Ipratropium, was ja in vielen Asthma- und COPD-Sprays auch enthalten ist. Genau. Dann kommen wir zu Symptomen. Da ist es grundsätzlich so, dass wir zwei Haupttypen beim Delir unterscheiden. Den hyperaktiven Typ, der sich durch Unruhe, gesteigerte Aktivität, die aber ziellos ist, auszeichnet. Häufig Halluzinationen aufweist. Häufig Angst geprägt ist. Und auch häufig vegetative Symptome zusätzlich hat. Schwitzen, Zittern, beschleunigte Herzfrequenz. Das ist der Typ, der auffällt. Der auf jeder Station stört, nervt, anstrengend ist, durch sein unangepasstes Verhalten sich auszeichnet. Auf der anderen Seite haben wir den hypoaktiven Typ, der genau das Gegenteil zeigt. Bewegungsarmut, eher träge und schläfrig ist. Wenig spontan Kontakt aufnimmt, teilnahmslos wirkt und deswegen angepasst und eher unauffällig rüberkommt. Und deswegen halt auch häufig übersehen wird. Ganz oft haben wir einen Mischtyp, bei dem hypo- und hyperaktive Phasen wechseln im Verlauf. Klassischerweise tagsüber müde und nachts dann hyperaktiv. Beide Typen zeichnen sich aus durch verminderte Konzentrationsfähigkeit, verminderte Aufmerksamkeit. Das ist ja auch in der ICD-11-Definition vorhin gekommen. Und im Gespräch auffälliges, häufiges Abschweifen vom Thema. Oft ist auch begleitend eine Distanzlosigkeit zu bemerken, die eventuell auch in aggressives Verhalten übergehen kann. Ganz typisch für Stelir ist das sogenannte Sundowning. Das heißt, die Symptome treten abends verstärkt auf oder gehen überhaupt erst abends los und bestehen dann vor allem abends und in der Nacht. Genau, jetzt kommen wir zum Thema Abgrenzung zur Demenz. Und da habe ich diese Tabelle hier, die ich ganz schön finde, weil sie das ganz gut in der Übersicht zeigt, was eben fürs Delir und für die Demenz typisch ist. Und da haben wir schon mal beim zeitlichen Verlauf deutliche Unterschiede. Eben beim Delir der akute Beginn, bei der Demenz der eher schleichende Beginn. Dann der schwankende Verlauf beim Delir, während die Demenz halt honisch fortschreitend ist und nicht so typischerweise diese Schwankungen hat. Sundowning tritt vor allem beim Delir auf, ist aber prinzipiell, gibt es das auch bei der Demenz, dass das abends und nachts stärker ausgeprägt ist. Die Dauer ist noch ein ganz wichtiger Unterschied. Beim Delir eben Stunden bis Tage bis Wochen. Definitionsgemäß ist alles, was unter sechs Monate ist, kann theoretisch noch ein Delir sein, während die Demenz über Jahre einfach fortschreitend vorhanden ist. Genau, dann auch noch gut zur Abgrenzung zwischen den beiden Krankheitsbildern sind Bewusstsein und Aufmerksamkeit. Beide sind beim Delir klassischerweise gestört und bei der Demenz eigentlich klassischerweise nicht gestört. Dann die Wahrnehmungsstörungen sind auch bei der Demenz eigentlich nicht so vorhanden im Sinne von Halluzinationen oder Illusionen und eben fürs Delir ganz typisch. Und zuletzt diese psychomotorischen Auffälligkeiten, die beim Delir eben, wie vorhin gesagt, hyperaktiv oder hypoaktiv sein können. Es gibt auch Delirien, die keine psychomotorischen Auffälligkeiten haben, aber meistens ist das vorhanden, während bei der Demenz eigentlich das normalerweise nicht besteht. Genau, dann gibt es aber neben der Abgrenzung natürlich auch einen Zusammenhang von Delir und Demenz. Zwei Zusammenhänge sogar, in beide Richtungen gibt es einen Zusammenhang. Zum einen ist Demenz ein ganz wichtiger, entscheidender Risikofaktor fürs Delir. Jemand mit einer vorbestehenden Demenz hat ein deutlich erhöhtes Risiko, einen Delir zu entwickeln. Und umgekehrt, wer mal ein Delir hatte, hat halt auch ein deutlich höheres Risiko im weiteren Verlauf, eine Demenz zu entwickeln, beziehungsweise auch, dass eine schon vorbestehende Demenz dann schneller fortschreitet. Die Hypothese dahinter ist, dass das Delir eben die Neurodegeneration fördert und dadurch auch die Demenzentwicklung fördert. Genau, dann kommen wir zum Punkt Diagnostik. Wie bei allem eigentlich, bei allen Krankheitsbildern ist auch beim Delir das A und O eine gründliche Anamnese und eine gründliche körperliche Untersuchung. Beim Delir ist wichtig, neben der Eigenanamnese, vor allem eine Fremdanamnese, weil eben die Patientinnen und Patienten, wenn die verwirrt sind, dann gar nicht vernünftig Auskunft geben können zu den wichtigen Fragen. Das heißt, man muss schauen, dass man möglichst frühzeitig einen Angehörigen oder eine andere Bezugsperson zu fassen kriegt und mit dieser Person dann eben eine Anamnese machen kann. Man muss forschen nach möglichen Auslösern für das Delir, danach, wie lange die Symptome schon anhalten, um es eben auch von der Demenz abgrenzen zu können. Dann genau, wie schon gesagt, eine gründliche körperliche und neurologische Untersuchung. Labor gehört natürlich dazu, auch inklusive TSH und Vitamin B12 und gegebenenfalls auch eine Bildgebung. Und dann gibt es noch die Assessment-Instrumente. Das heißt, es sind Screening-Instrumente in erster Linie und da habe ich jetzt mal hier vier Beispiele genannt von ganz, ganz vielen. Wir haben uns damals über 70 Instrumente, haben wir, glaube ich, uns angeschaut. Genau, und diese vier habe ich jetzt hier mal rausgepickt. 4AT, DOS, CAM und Nudesk. Und von denen möchte ich die ersten beiden jetzt gleich etwas näher vorstellen, weil das die beiden sind, die wir auch hier im Haus verwenden, also 4AT und DOS. Und da haben wir schon den 4AT, 4AT, der 4As-Test. Im Deutschen ist das erste in W und kein A, aber englisch Alertness. Das heißt, die Wachheit des Patienten, der Patientin wird beurteilt. Man soll zum Beispiel nach Namen und Adresse fragen, um die Beurteilung zu erleichtern, um eben das einfach feststellen zu können, wie wach ist die Person. Wenn eine normale Reaktion erfolgt oder weniger als 10 Sekunden eine Schläfrigkeit besteht, dann gibt es 0 Punkte, aber deutlich unnormale Reaktion gibt dann schon 4 Punkte. Dann wird mit dem AMT4, das ist das zweite A, die Orientierung überprüft. Alter, Geburtsdatum, Ort und Kalenderjahr werden da abgefragt. Dann wird die Aufmerksamkeit als drittes überprüft, indem man den Patienten bittet, die Monate des Jahres rückwärts aufzusagen, mit dem Dezember beginnend, also Dezember, November, Oktober und so weiter. Und wenn der Patient oder die Patientin schafft, mindestens sieben Monate zu nennen, dann ist es okay. Und ansonsten gibt es, je nachdem, ob es überhaupt durchführbar ist, dann einen Punkt und wenn es gar nicht durchführbar ist, dann zwei Punkte. Und das vierte A ist die akute oder fluktuierende Symptomatik. Dafür braucht man letztlich jemanden, der es einem sagen kann, ob es akut aufgetreten ist. Das heißt, da ist eine Fremdanamnese dafür erforderlich. Das Schöne an diesem Test ist aber, dass man eben diesen Punkt 4 gar nicht unbedingt braucht. Das heißt, wenn man da ein Missing sozusagen hat, weil man keinen Angehörigen bisher erwischen konnte, dann kann der Patient, die Patientin trotzdem es schaffen, die nötigen 4 Punkte zu erreichen, auch schon durch die anderen 3 A's, sodass man eben auch dann schon einen Delirverdacht stellen kann. Das heißt, bei 4 Punkten oder mehr Delirverdacht, 1 bis 3 Punkte, mögliche kognitive Beeinträchtigung und 0, da ist ein Delir unwahrscheinlich, aber wenn man viertens noch nicht abgefragt hat, dann dennoch möglich. Genau. Dann der zweite Test, den ich vorstellen möchte, das ist die zweite Screening-Methode, ist die DOS, Delirium Observation Screening Scale. Und in dem Namen hört man schon, dass es um Observation, um Beobachtung geht. Das heißt, es ist ein Tool, was über Fremdbeobachtung funktioniert, insbesondere durch die Pflege bevorzugt durchgeführt werden kann. Man sieht hier auch ein Beispiel, wo eben hier einmal Tagdienst, einmal Nachtdienst auf der rechten Seite verzeichnet ist. Und da werden dann ganz unterschiedliche Aspekte einfach beurteilt, ob eine Schläfrigkeit besteht, ob eine Aufmerksamkeitsbeeinträchtigung besteht, ob unpassend geantwortet wird auf Fragen, verlangsamt reagiert wird, ob die Orientierung eingeschränkt ist. Hier achtens zum Beispiel erkennt die Tageszeit, dann zehntens nestelt, ist ruhelos, unordentlich und nachlässig, also ob psychomotorische Auffälligkeiten bestehen, ob Infusionen rausgezogen werden oder Katheter. Und dann dreizehntens wird nach Halluzinationen gefragt, sieht, hört oder riecht Dinge, die nicht vorhanden sind. Und ab drei Punkten, also jede Auffälligkeit gibt quasi einen Punkt, das heißt ab drei Auffälligkeiten ist dann die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ein Delir besteht. Und dann gibt es unten noch die Frage nach psychomotorischer Verlangsamung, um eben gegebenenfalls ein hypoaktives Delir zu erkennen, wenn das auffällig ist. Dann besteht der Verdacht auf eine Hypoaktivität. Genau, und im Idealfall, wie man hier eben sieht, führt man das quasi zweimal pro Tag durch bei Risikopatienten, um dann eben frühzeitig auch wirklich das Delir erkennen zu können. Gut, dann kommen wir zum Punkt Prävention und Therapie. Da möchte ich gerne das Acht-Punkte-Programm hier zeigen. Ich habe ja vorhin schon die Trade-Studie erwähnt. Bei der Trade-Studie ging es um ein Delir, was im Rahmen der Entlassung zutage tritt, also durch den Ortswechsel bei der Entlassung. Bei der Trade-Studie sollten die Angehörigen insbesondere Intervention betreiben, indem sie eben dieses Acht-Punkte-Programm beachten. Die acht Punkte sind Ortswechsel begleiten, Vertrautheit schaffen, Informationen weitergeben, Orientierung fördern, Kommunikation anpassen, den Alltag gestalten, Bewegungsförderung und Motivation zu essen und trinken. Und auf diese fünf Punkte möchte ich jetzt kurz mit ein paar Folien näher eingehen und da einfach das darstellen, was da für Maßnahmen eben zum Einsatz kommen können. Das erste ist Begleitung des Ortswechsels. Dazu kann man eben Angehörige motivieren. Ein Ortswechsel verursacht Angst und Stress und dadurch eben ein erhöhtes Delir-Risiko. Und im Idealfall bringt man die Angehörigen dazu oder ermöglicht man, dass die Angehörigen die Person, die eben verlegt werden soll, schon vor der Verlegung begleitet, also einfach da ist im Krankenhaus. Wenn jetzt zum Beispiel ein anderes Krankenhaus oder ein Pflegeheim verlegt wird, dann während des Transports mit dabei ist und auch nach der Ankunft am Zielort noch da ist. Also quasi rund um die Entlassung herum begleitet. Warum ist das gut? Das Ganze vermittelt Ruhe, Verständnis, Zuversicht, Trost, Sicherheit und Geborgenheit, wenn das einfach eine bekannte, vertraute Person ist. Und nicht zuletzt ist es auch praktisch, wenn die Angehörigen drum schauen können, dass auch alles mitgenommen wird, was mitgenommen werden soll. Also beispielsweise Arztbrief, Pflegeverlegungsbericht, aber auch so Sachen wie Brille, Hörgerät, Zahnprothese und was eben sonst noch an Gegenständen da ist und mitkommen sollte. Das wissen wir alle, dass das oftmals passiert, dass Sachen liegen bleiben. Dann die Förderung der Orientierung. Eine unbekannte Umgebung erschwert natürlich die Orientierung, vor allem wenn Seh- und oder Hörprobleme bestehen, was ja bei älteren Menschen sehr häufig der Fall ist. Auch das erhöht das Delirrisiko. Und indem man die Orientierung fördert, kann man da gut präventiv vorgehen. Das heißt schon mal ganz simpel schauen, dass vorhandene Seh- und Hörhilfen auch wirklich benutzt werden und nicht in der Nachttischschublade liegen. Dann eine gut sichtbar und groß genug, dass sie auch erkannt werden kann. Angebrachte Uhr und ein Kalender helfen natürlich bei der zeitlichen Orientierung. Und es können auch regelmäßig Aussagen zur Orientierung gemacht werden, dass man einfach im Gespräch mal auf die Tageszeit hinweist, auf die Jahreszeit hinweist, die Situation noch mal kurz erklärt, genau, auf den Ort hinweist. Das sind alles Möglichkeiten. Abgebildet sind hier, sieht man ja gut, eine Brille und Hörgeräte. Das ist hier ein Schild, was man an der Toilette anbringen kann. Draußen, was einfach halt durch diese Kombination aus Schrift und Bild verdeutlicht, dass da hinter sich die Toilette befindet. Das ist hier ein schönes Beispiel für einen großen Kalender, auf dem Jahreszeit, Wochentag und Datum angezeigt sind und die Uhr drüber. Und das ist hier ein Foto aus dem Bethesda, wo wir eben an den Türen Bilder angebracht haben, die die Orientierung erleichtern sollen, das eigene Zimmer wiederzufinden, wenn man draußen auf dem Gang sich befindet. So, dann kommen wir zur Anpassung der Kommunikation. Das betrifft jetzt vor allem Patienten und Patientinnen, die schon ein Delir haben, also im Delir sind, weil im Delir, wie wir ja schon gelernt haben, Wahrnehmung, Aufmerksamkeit und Merkfähigkeit gestört sind, ist es gut, die Kommunikation entsprechend anzupassen, indem man langsam und deutlich spricht, lange Sätze eher vermeidet, Schachtelsätze, sondern kurze Sätze verwendet, einfache Wörter, keine Fremdwörter, im Gespräch ruhig und geduldig bleibt, nicht anfängt zu diskutieren oder zu belehren oder zu widersprechen, Beleidigungen, falls sie auftreten, nicht persönlich nimmt. Und es ist auch hilfreich, Zuversicht und Verständnis über Körperkontakt zu vermitteln, über Berührungen. Man sollte aber plötzliche Berührungen vermeiden, vor allem plötzliche Berührungen im Gesicht, weil das einfach auch erschrecken kann und dann eher die Angst erhöhen kann. Und die Technik der Validation, da möchte ich in dem Zusammenhang nur kurz darauf hinweisen, ohne da jetzt näher drauf einzugehen, haben sicherlich die meisten hier schon mal gehört davon. Naomi Feil ist die Begründerin dieser Technik und ich habe hier mal ein Buch abgebildet, Validation in Anwendungen und Beispielen, was ich sehr schön finde. Es gibt auch ein spezielles Buch für Validation für Angehörige, also da auch von den gleichen Verfassern. Genau, dann die Alltagsgestaltung. Inaktivität und fehlende Tagesstruktur können auch die Delir-Entstehung befeuern, das heißt, indem ich den Alltag gestalte, kann ich da gute Prävention leisten, klare Strukturierung des Tagesablaufs, Beschäftigung am Tag, Vermeidung von zu langen Phasen der Untätigkeit, Beschäftigung zum Beispiel über Unterhaltungen, Spiele, Kreuzworträtsel, gemeinsames Lesen der Tageszeitung und am Abend eben schauen, dass man das Einschlafen fördert. Das kann über Schlafrituale sein, hier ein schöner Schlaftee zum Beispiel oder eine schöne beruhigende Musik, aber auch über Duftöle beispielsweise, da sind der Fantasie letztlich keine Grenzen gesetzt und den persönlichen Präferenzen natürlich auch der Leute. Nicht jeder trinkt gerne Tee. Genau, dann der letzte Punkt, Essen und Trinken anregen, auch Flüssigkeit und Nahrungsmangel können das Delir-Risiko steigern, das heißt, indem ich das Ganze unterstütze, zum Beispiel durch Gesellschaft bei den Mahlzeiten, gemeinsam isst es sich besser und lieber, als wenn man alleine da sitzt, oder die Angehörigen eventuell bitten, Lieblingsessen oder Lieblingsgetränke mitzubringen, dann regelmäßig ans Trinken zu erinnern und auch nicht zu vergessen, auf das Tragen der Zahnprothese achten, das hilft beim Essen, aber auch beim Sprechen. Genau, weitere Maßnahmen im Rahmen der nichtmedikamentösen Delirprävention, Lärmreduktion, Lichtmanagement, Schmerzkontrolle, Miktion und Stuhlgang kontrollieren, dann vermeidbare Ortswechsel vermeiden, also keine ständige Verlegung in andere Zimmer, wenn es irgendwie sich vermeiden lässt, dann strenge Indikationsstellungen für Katheter, sowohl für Blasenkatheter als auch für Venenkatheter und Vermeidung von Fixierungen. Jetzt kurz zwei Beispiele dafür, dass diese ganzen Maßnahmen auch sehr gut helfen. Es gibt das Hospital Elder Life Program, da gab es eine Studie, wo in den Jahren 95 bis 98 dieses Programm an 852 Patientinnen und Patienten getestet wurde, die 70 Jahre oder älter waren. Es wurde insbesondere auf die Punkte Kognition, Schlaf, Mobilität, Sehen, Hören und Flüssigkeit durch die Intervention eingegangen. In Klammern steht hier jeweils dahinter, was da gemacht wurde. Lese ich jetzt nicht im Einzelnen vor. Es wurden eben diese Punkte bearbeitet quasi durch Intervention und man hat gesehen, dass das tatsächlich sehr schön wirksam war, diese nicht medikamentösen Maßnahmen, die in der Interventionsgruppe traten deutlich weniger Delir-Episoden auf. Die Gesamttage des Delirs waren auch mit 105 versus 161 deutlich weniger und die Anzahl der Delir-Episoden war auch mit 62 versus 90 in der Kontrollgruppe deutlich niedriger und all diese Verringerungen waren auch, wie man ganz rechts steht, statistisch signifikant. Dann die Pavel-Studie, die vorhin auch schon erwähnt wurde. Da waren das knapp 1500 Patientinnen und Patienten, die eingeschlossen wurden. Die Intervention bestand zum einen aus Delir-Schulungen des Personals, aber eben auch aus Anwendung von Interventionsmaßnahmen durch ein Präventionsteam, was zwölf Stunden jeden Tag da war, auch am Samstag und am Sonntag und eben all diese Dinge mit den Patientinnen und Patienten gemacht hat, die ich vorhin beschrieben habe. Also Orientierung, Aktivität, Mobilitätsförderung, bei den Mahlzeiten Gesellschaft geleistet, zu Untersuchungen begleitet, sowas alles. Und auch hier hat man gesehen, dass alle Teilnehmer zusammen hier eine Verringerung des Delirauftretens war da zu verzeichnen. Wenn man Unterschieden hat in kardiovaskuläre Patienten und orthopädische Patienten, das heißt, es wurde in Herzchirurgien durchgeführt und eben in orthopädischen, allgemeinchirurgischen Abteilungen, dann hat man allerdings gesehen, dass es in der Herzchirurgie zu keinem statistisch signifikanten Effekt kam durch die Intervention, hingegen in der Orthopädie und allgemeinchirurgie zu deutlichen positiven Effekten. Noch kurz schnell zur medikamentösen Therapie. Grundsätzlich eine medikamentöse Therapie sollte nur erfolgen, wenn alle Auslöser so weit wie möglich beseitigt wurden, wenn alle nicht medikamentösen Maßnahmen durchgeführt wurden und trotzdem keine ausreichende Besserung eingetreten ist und eine Selbst- oder Fremdgefährdung besteht. Mögliche Medikamente, das habe ich hier aus der S1-Leitlinie Delir zusammengestellt, sind bei psychomotorischer Unruhe Melperon oder Pipamperon, bei Wahn und Halluzinationen, also bei Auftreten solcher Symptome, Risperidon, Haloperidol oder Quetiapin. Quetiapin insbesondere bei Parkinson-Patienten einzusetzen, weil da alle anderen Neuroleptika kontraindiziert sind. Man kann auch, wenn man eine Kombination aus wahnhaften Symptomen und psychomotorischer Unruhe hat, zum Beispiel Melperon und Risperidon kombinieren, dann allerdings in niedriger Dosis. Es sollten grundsätzlich anticholinerge Medikamente wie Atosil oder Neurozil vermieden werden und nur, wenn starke Ängste im Vordergrund stehen oder auch beim Alkoholentzugsdelir, dann können Benzodiazepine zum Einsatz kommen, beispielsweise Lorazepam. Man sollte da aber immer auf die paradoxe Reaktion gefasst sein, die Sturzgefahr, die dadurch entsteht, mit einbeziehen und natürlich auch Überdesedierung, Atemdepression und auch, dass das Zillier sich unter einem Benzodiazepin theoretisch auch verschlechtern kann. Genau. So, jetzt kommen wir zu den Eingangsfragen. Nochmal kurz unser Fall und dann gehe ich zu den Fragen. Frage 1. Welche Aussage ist richtig? Ihr dürft gerne antworten, wenn ihr es wisst. Ja. Jawohl. C. Genau. Eine Fremdanamnese mit Angehörigen ist absolut essentiell, um Delir und Demenz voneinander abgrenzen zu können. Dann, welche der eingenommenen Medikamente können Sie Delir-Entstehung beitragen? Ja, ja, D. Genau. Also, ich habe tatsächlich für Calcium, Kohle, Calciferol und Kleksane, ich habe ausführlich gesucht, aber nirgends gefunden, dass die die Nadel, die ein Delir auslösen kann. Ja. Ja. Aber Kleksane habe ich ja auch als nicht-Delirogen hier. Genau. Dann, welche Aussage zur Delir-Prävention oder Therapie ist falsch? Ja. B. Sehr gut. Alle Fragen richtig beantwortet. Dann, die Take-Home-Message zuletzt. Delir ist ein schwerwiegendes Krankheitsbild, weil es unter anderem zu erhöhter Mortalität führt und wirklich negative Langzeitfolgen hat. Deswegen sollten Risikopatientinnen und Patienten möglichst frühzeitig identifiziert werden. Es gibt deutliche Hinweise darauf, dass nicht-medikamentöse Maßnahmen wirken und Delirien sowohl vermeiden als auch verkürzen können. Auch wir als Personal können da unterstützen, indem wir die Mobilisation unterstützen, die Aktivierung und Tagesstrukturierung, die Kommunikation entsprechend anpassen, für Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme in ausreichender Menge sorgen, die Orientierung unterstützen und nicht zuletzt die Angehörigen einbeziehen, weil die auch eine ganz hilfreiche Unterstützung sein können. Jetzt will ich nur noch kurz darauf hinweisen, dass es natürlich auch eine SOP zum Delir gibt, die einen Flowchart enthält. Das Ganze kann über den Link zur Cloud, der auch mit der Einladung immer verschickt wird, angeschaut und auch runtergeladen werden. Und dann noch kurz diese Hinweise. In zwei Wochen wird meine Kollegin Silke Weber eine Fallvorstellung Delir machen. Das heißt, da geht es nochmal um das Thema. Dann ist aktuell in Vorbereitung beziehungsweise Ausarbeitung das Projekt Delir bei uns hier im Betesta. Da wird es unter anderem einen Fragebogen geben. Ein Delir-Risikoscore soll eingeführt werden. 4AT und DOS sollen auch in Orbis implementiert werden. Es wird Personalschulungen geben. Ein Ratgeber für Angehörige ist geplant. One-Minute-Wonder zum Thema Delir und es sollen Materialien zur Delir-Prävention angeschafft werden. Und ganz tolle Materialien zum Thema Delir bietet auch die Webseite des Zentrums für Qualität in der Pflege. Da habe ich auf der rechten Seite den Ratgeber abgebildet. Aber wenn man da auf diese Seite geht, kann man auch wirklich richtig gute Schulungsmaterialien und alles Mögliche sich anschauen und auch runterladen ist, wie gesagt, kostenlos. So, das waren meine Quellen. Und jetzt haben wir noch 5 Minuten für Fragen. Oder Kommentare. Super, vielen Dank, Applaus. Simone, wir gehen wieder hier runter. Und vielleicht kannst du die Folie noch, genau, Freigabe noch stoppen. Perfekt. So, die, die jetzt auch von außen bis zum Diskussionsteil mehr befördert wurden und das gerne noch würden, mir einfach was schreiben oder unschreiben oder dann einfach reinreden und Fragen sehr gerne stellen. Wir stellen uns ja dazu, weil man sieht auch, dass hier noch andere da sind. Sie seht, teilweise mit Maske ist halt die Zeit wieder. Andererseits gibt es vielleicht auch schon ein paar Fragen zu dem Vortrag, der wirklich wieder sehr schön übersichtlich war. Also, wer hat eine Frage zum Thema der Leer? Wenn ihr gerade keine habt, ich hätte eine. Wer, frage ich mal erstmal, fährt in die Runde. Wer hat denn schon mal dran gedacht, selber den Angehörigen beim Entlassgespräch zu sagen, dass er mitfahren soll in die Reha zum Beispiel? Einer streckt. Okay, doch ein paar mehr trauen sich. Also, das ist, glaube ich, was, was wir noch zu selten machen. Das kann übrigens auch die Therapie machen. Das kann auch die Pflege machen. Und das können natürlich wir Ärzte und Ärzte auch machen. Was wir in der Trade-Studie untersucht haben und möglicherweise, obwohl wir Covid hatten und das wirklich schwierig war mit der Begleitung, das doch einen Effekt haben könnte. Das ist auch ohne Covid schwierig mit der Begleitung, weil die Sunnies häufig keinen mitnehmen wollen. Ja, das ist genau das Thema. Und das war eine Zeit lang deutlich einfacher. Die hatten eigentlich vor der Covid-Pandemie in der Tat die Sunnies, also die DRK oder ASB mehr erlaubt. Und das hat sich jetzt wieder ein bisschen zurück. Also, in der Pandemie ging es praktisch gar nicht. Und jetzt ist es auch immer noch nicht wieder da, wo es mal war. Aber man kann danach fragen. Ansonsten hast du viele Medikamente auch aufgezeigt und die hattest du in unterschiedlichen Farben. Kannst du noch mal sagen, warum die einen dunkelrot waren und der anderen hellrot? Gibt es da Unterschiede? Und wo kann ich nachdenken? Ja, gerne, genau. Das hätte ich vielleicht dazu sagen müssen. Die dunkelroten, also es gibt eine, wenn man nach delirogenen Medikamenten sucht, dann gibt es eine Vielzahl an Listen. Und es gibt aber eine Veröffentlichung, Delphine nennt sich das. Das ist nur Experten und Expertinnen-Konsens. Also es ist keine evidenzbasierte Geschichte. Aber da werden eben die delirogenen Medikamente alle aufgezählt. Und da stellt man auch fest, dass quasi so gut wie jedes Medikament delirogen ist und werden eben in drei unterschiedliche Stärken der Delirogenität eingeteilt. Und die, die mehr rot waren, waren quasi mehr delirogen als die, die nur so ein bisschen rot waren. Da ist die Evidenz natürlich sehr fragwürdig, glaube ich auch. Deswegen sollte es sich vielleicht schon auf die stark anticholineren Medikamente primär mal beziehen. Dann hat man, glaube ich, schon mal einiges erreicht. Da gibt es aber immer wieder Studien, die auch so prospektiv sind und im Rahmen von diesen RCTs hier auch gewonnen wurden, die dann doch das, was man als stark anticholineren sieht, eher bestätigen, sage ich jetzt mal vorsichtig. Bei den anderen ist es einfach schwierig. Das sind auch Fallberichte. Genau. Also es soll auch keineswegs heißen, dass man bei jedem Patienten sofort das Lasix absetzen soll, weil es potenziell delirogen ist. Es soll eher den Gedanken quasi bringen, dass man, wenn man sich die Medikation anschaut und jemanden delir hat, halt auch mal denkt, okay, das könnte auch an dem und dem Medikament mitliegen, dass man das da natürlich nicht einfach absetzen kann. Ist klar. Aber vielleicht umsetzen auf ein anderes Präparat, was weniger delirogen ist, oder? Ja. Die Prescribing sozusagen. Vielleicht auch noch ein schöner Hinweis war, der 4AT, den wir jetzt machen. Ich glaube, das ist wahrscheinlich schon im Augenblick immer noch der am besten untersuchte Test. Der wird uns erhalten bleiben. Die DOS, wo siehst du die dann besonders ideal? Bei der Pflege. Würdest du jetzt den 4AT zum Beispiel täglich machen oder die DOS? Also was wäre für dich für eine beste Verlaufsmessung? Definitiv die DOS ist für die tägliche Anwendung das Bessere, weil wir haben auch schon in Studien Instrumente, die eine Befragung der Patienten mit Beinhalteten wirklich täglich durchgeführt. Teilweise sogar mehrmals täglich. Und mehrmals täglich. Man merkt schon, dass die Leute dann halt auch sehr genervt werden, wenn sie dreimal am Tag die Monate rückwärts aufzählen sollen. Genau. Deswegen ist definitiv ein Instrument, was eine Fremdbeurteilung beinhaltet oder ausschließlich beinhaltet, das besser geeignete Instrument. Ja, vielen Dank. So, dann sind wir aber, glaube ich, so wirklich langsam am Ende. Von außen sehe ich jetzt zumindest im Chat, dass hier keine neuen Fragen aufgetaucht. Und es hat sich auch jetzt keiner gemeldet. Das heißt, alle Klarheiten, das heißt ich, nein, alles klar, wollte ich eigentlich sagen. Vielleicht noch mal der Hinweis, dass demnächst auch mal diese Befragung eben kommen wird, wo das Projekt der Uniklinik und unser Projekt sozusagen zusammengeführt, befragt wird. Da gibt es QR-Codes, die hier Postern hängen werden in der Klinik. Wenn von außen jemand an so einer Relierbefragung mitmachen möchte, gerne einfach uns schreiben. Ansonsten werden die Folien auch weiterhin eingestellt. Also alle, die wir uns sich angemeldet haben, können Zugriff bekommen. Da werden wir nochmal anfragen. Und wir werden es auch auf YouTube weiterhin stellen. Das heißt, man kann die Vorträge auch, werden alle berühmt, werden die Vorträge alle auch live, nicht live, aber in Farbe auf jeden Fall, dort finden kann. Dann danke ich dir nochmal ganz herzlich, Simone, für die Zeit. Danke für die Aufmerksamkeit. Ja. Auch nach draußen danke für die Aufmerksamkeit. Ich habe gerade schon gesehen, der Herr Zerrer hat sich bedankt für den Vortrag. Das freut mich natürlich. Freut uns sehr. Alles Gute, schönes Wochenende. Tschüss. Alles Gute, schönes Wochenende. 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 Alles Gute, schönes Wochenende.